Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Ja, eine neue Ausgabe von Blauweiß Interviewt. Wir begrüßen Leon Bellbell bei uns. Leon, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Servus, ja hallo, freut mich auch. Dann legen wir gleich mal los. Leon, als erstes wollen wir von dir wissen, wann hast du denn das Fußballspielen für dich entdeckt und wann war für dich klar, ich möchte Fußballprofi werden? Entdeckt würde ich sagen schon im jungen Alter, ich glaube mit drei oder vier. Also ich komme aus einer Sportfamilie, mein Vater hat früher auch Fußball gespielt und es gab nur eine Sportart, das war der Fußball. Und da habe ich in jungen Jahren schon angefangen, auch durch meinen älteren Bruder. Und ja, das Ziel, Profi zu werden, ging bei mir, glaube ich, los, als ich dann mit zehn bei der Eintracht war, also in Frankfurt. Und dann von da ab wollte ich immer nur Profi werden und habe auch versucht, immer alles dafür zu geben. Auf deine Jugendvereine kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Zunächst einmal, ja, du bist in Hanau bei Frankfurt aufgewachsen. Wie würdest du denn auf deine Kindheit zurückblicken? Wie bist du aufgewachsen? Aufgewachsen, ich bin dort nur geboren und meine Familie ist dann umgezogen in Offenbach-Frankfurtraum. Und ja, ich hatte eine schöne Kindheit gehabt, war oft draußen mit Freunden, war es unternommen, Fußball gespielt. Und bin dann auch schon relativ früh von zu Hause weg mit 15 und also nach Karlsauternand ins Internat. Und da habe ich dann den größten Teil meiner Jugend verbracht, ja. Du sprichst es gerade an, also als Kind hast du zunächst bei Frankfurt, dann in Offenbach, dann auch in Darmstadt gespielt. Und hast dann ja das Bundesland Hessen das erste Mal verlassen mit 15 Jahren, bis dann zum 1. FC Kaiserslautern gewechselt. Wie schwer fiel dir die Entscheidung, dein wohlbehütetes Elternhaus zu verlassen? Gar nicht so schwer, muss ich sagen. Also mir war klar, das ist keine Dauerlösung, aber das ist ein Schritt, um meinem Ziel ein bisschen näher zu kommen. Und die Entfernung war jetzt nicht so weit, es war nur ungefähr eine Stunde. Und immer wenn es ging, sind meine Eltern gekommen oder ich bin auch eigentlich jedes Mal nach Hause gefahren, wenn es ging. Und von daher war es jetzt nicht so schwer für mich. Wie sehr hast du da das Familienleben vermisst? Also ich stelle mir schon hart vor, wenn man auf einmal in einer großen Mensa sitzt und nicht mehr an seinem bekannten Familienessenstisch. Ja, auf jeden Fall ist es schon ungewohnt, weil am Anfang viele fremde Leute, neue Gesichter da sind. Aber ich kannte den Manni, also Manni war in Kaiserslautern so mein erster Bezugspunkt, weil ich kenne ihn auch aus der Frankfurt-Zeit und wir haben immer oft viel unternommen. Und da gab es auch noch ein, zwei andere, die ich von früher kannte, also war das dann in Ordnung. Die haben auch alle im Frankfurt-Raum gewohnt und dann sind wir auch oft zusammen nach Hause gefahren und das ging schon alles klar. Neben dem Sport warst du ja auch in der Schule fleißig. Du hast neben deiner sportlichen Ausbildung noch dein Abitur gemacht im Nachwuchsleistungszentrum in Kaiserslautern. War sicherlich auch keine leichte Zeit, oder? Ja, war nicht leicht, weil auf jeden Fall die Doppelbelastung war schon schwer manchmal. Aber ich denke, durch die Schule habe ich es auch gewissermaßen einfacher gehabt, weil da war eine gewisse Kooperation da mit dem Verein. Und die haben auch oft Rücksicht genommen, wenn ich halt auf Lehrgängen war oder mal Vormittags-Training hatte oder länger unterwegs war. Und es war natürlich in Ordnung. Blicken wir nochmal zurück auf deine Familie. Dein Vater kommt aus Kamerun, deine Mutter ist Deutsche. Wie muss man sich denn da dein Aufwachsen vorstellen? Also gab es da welche sprachlichen, wie wurdest du sprachlich aufgezogen oder welche kulturellen Höhepunkte gab es in eurer Familie? Ja, also ich würde sagen von beidem etwas. Also zu Hause haben wir Deutsch gesprochen mit meiner Mutter und meinem Vater Französisch. Und von der Kultur her habe ich natürlich mehr Deutsch als Kamerun, weil wir halt auch hier in Deutschland leben. Aber mein Vater kocht oft afrikanisch, also ich kenne auch die Familie in Afrika, ich bin auch schon ein paar Mal dort gewesen. Aber der Großteil ist hier in Deutschland, auch meine Großeltern wohnen in Fulda. Und ja, also ein Mix von etwas, von beidem, ja. Man merkt das jetzt und du hast auch schon öfter gesagt, dass deine Familie dein höchstes Gut ist. Wie oft schaffst du es denn noch heutzutage deine Familie zu besuchen? Du sagst es gerade, ab und zu warst du auch schon mal in Afrika. Ja und in welchen Momenten brauchst du diesen Rückhalt deiner Familie besonders? Ja, auf jeden Fall auch in Momenten, wo es schwer ist für mich. Die engere Familie ist bei mir hier in Deutschland. Also in Afrika habe ich zwar noch viel Kontakt, aber ich kann ja nicht jedes Mal nach Afrika fliegen. So ist es nicht. Aber jetzt meine Familie in Fulda oder in Frankfurt, die besuche ich so oft, wie es geht. Wenn wir zwei Tage frei haben, eigentlich immer. Und ja, das ist für mich ein wichtiger Teil in meinem Leben und ohne die Familie geht es nicht. Du hast ja auch noch zwei Brüder, einen Jüngeren und einen Älteren und zwar den Max, der ist 18 und den Masse, der ist 25. Wie ist dein Verhältnis zu denen? Die spielen ja auch Fußball. Erzähl mal ein bisschen was zu denen. Ja, sehr gut. Also wir sind täglich im Kontakt und so wie meine besten Freunde, meine Brüder, mit denen gehe ich durch dick und dünn. Wir wissen alles voneinander und früher war es oft so, dass wir uns gegenseitig gepusht haben, wer besser ist. Wenn wir gespielt haben, Fußball oder auch andere Sachen, wollte jeder der Beste sein. Und ja, das Verhältnis ist sehr gut und ich freue mich immer, wenn ich sie sehen kann. Also habt ihr euch gegenseitig immer wieder an die Leistungsgrenze gepusht? Genau, ja. Und dann immer ein bisschen angeschichtet, okay, wer war dem Spiel nicht gut, wer war besser und wer hat schon das erreicht oder wer hat das gemacht. Ja, immer so ein Duell unter Geschwistern, kennt man. Im Sommer, da kam ja nun der Wechsel nach Magdeburg zustande. Zuvor hattest du ja auch schon Kontakt mit Marcel Kostli, Fred Osa-Quadwo, hast du schon gesagt. Oder auch Florian Pick, der mal hier gespielt hat. Wie wichtig waren dir deren Eindrücke hier vom Verein? Ich habe mit den drei so viel gar nicht gesprochen gehabt, bevor ich herkam, erst als ich hier war. Weil es ging dann bei mir alles relativ schnell und dann konnte ich nicht nochmal viel nachfragen. Aber ich habe es ja bei Kostli erlebt, der kam ja auch aus Mainz und hat dann hier in der zweiten Liga, auch in der dritten Liga viele Spielzeiten bekommen und hat sich gut entwickelt. Und dann habe ich mir auch daran ein Beispiel genommen. Und Manni kann ich ja auch von früher und ich wusste, Manni ist ein guter Spieler und wenn der hier ist, dann ist es vielleicht auch gut für mich, dass ich auch herkomme, ja. Nun blicken wir mal auf die aktuelle Saison und auch auf deine Situation. Du musstest ja etwas länger auf den ersten Punktspieleinsatz warten für den FCM. Hast du es jetzt aber geschafft, warst die letzten drei Spiele in der Startelf, hast du auch durchgespielt. Wie schwer fielst du dir dabei in den ersten Spielen, als du nicht gespielt hast, die Motivation oben zu behalten und sich immer wieder und immer wieder für den Trainer zu empfehlen? Ja, natürlich war es für mich erstmals eine ungebote Situation, weil ich es so davor nicht kannte. Aber ja, die Motivation habe ich in mir selber gefunden und auch durch meine Freunde oder meine Familie. Und ich habe gewusst, dass der Tag irgendwann kommen wird, dass meine Chance da ist und dann muss ich halt bereit sein. Und dann bringt es halt nichts, wenn ich in der Ecke sozusagen rumheule und nicht an mir arbeite. Ich muss halt da sein, wenn es darauf ankommt und ich denke, das habe ich ganz ordentlich gemacht. Nach den ersten drei Spielen, wie fällt dein Resümee aus nach den ersten absolvierten Spielen? Wie schwer ist die dritte Liga, beziehungsweise wie groß ist das Niveau und wie findest du dich dort zurecht? Also ich denke, ich habe mich ganz gut zurechtgefunden. Natürlich, die Ergebnisse jetzt gegen Bayern und gegen Köln hätten vielleicht ein bisschen anders laufen können. Aber es war für mich relativ einfach, weil die Mannschaft hat mich mitgenommen. In der Verteidigung Tobi und auch die anderen vor mir, die erfahrenden Spieler, haben mich mitgenommen. Und auch der Trainer und Mike und Kalnick haben beide mir gesagt, dass ich keine Angst haben brauche, dass die einem nicht glauben. Und dann fällt sowas einfach einfacher. Also Vertrauen gespürt und dann auch auf dem Platz Vollgas geben können. Im Heimspiel gegen Halle, da warst du ja das erste Mal quasi vor so einer großen Kulisse von Beginn dann auf dem Platz. Wie war es für dich? Ist so eine große Kulisse nochmal so ein Extraschub an Motivation für dich? Natürlich, wenn man vor allem einläuft und dann alles so fertig gemacht wird, ist schon was Besonderes. Aber beim Spiel denke ich, als Spieler blendet man es aus und bekommt nicht mehr so viel mit, wie man vielleicht denkt. Aber natürlich, wenn das Tor gefallen ist, also in Halle, dann hat man nichts mehr gehört und es war schon sehr besonders. Bislang fehlte uns ja etwas die Konstanz in der Liga. Aus deiner Sicht einfach mal versucht zu erklären, woran muss man da vielleicht arbeiten, um sowas künftig abzustellen, um eine gewisse positive Konstanz zu entwickeln? Das ist immer schwer zu sagen. Ich denke, wir machen im Training vieles richtig, auch in den Spielen vieles richtig und wir arbeiten alle auf dem neuen Platz sehr hart. Und am Ende fehlt vielleicht auch das Quäntchen Glück, was zu den Toren führen könnte. Und ja, vielleicht so die letzten paar Prozent, die wir noch rauskissen können, um am Ende erfolgreicher zu sein. Aber ich denke, dass wenn wir so weiter arbeiten, dass der Erfolg und die drei Punkte in den nächsten Spielen auf jeden Fall kommen werden. Kommen wir mal auf dich und deine Position zu sprechen. Du bist ja nun eigentlich ein gelernter Angreifer oder Offensivspieler. Wurdest aber auch zuletzt hin und wieder mal auf der Linksverteidiger-Position eingesetzt. Wie fühlst du dich auf der Außenbahn? Und ja, wie kommst du auch mit den defensiven Qualitäten klar, die ja auch gefordert sind auf so einer Position? Natürlich als Stürmer sind die defensiven Wege immer härter sozusagen. Aber ich habe in der Jugend also die meiste Zeit außen gespielt auf der Außenbahn und da musste ich sowieso oft verteidigen. Und dadurch kenne ich auch ein bisschen die Position und habe sie in der Jugend auch ein-, zweimal gespielt gehabt. Aber ja, ich fühle mich eigentlich ganz wohl auf der Position und habe sie auch angenommen und freue mich immer dort zu spielen. Wie schätzt du dich denn selbst ein? Wo liegen deine Stärken und wo möchtest du noch weiterhin an dir arbeiten, um eventuell den nächsten Schritt im Profifußball zu gehen? Ich beschreibe mich sehr ungern selber, aber ich denke meine Stärken sind in der Schnelligkeit, in der Laufstärke und im Abschluss. Und was ich an mir verbessern kann, ist auf jeden Fall, dass wenn ich jetzt spiele, öfters Vorlagen mache oder Tore schieße, um halt der Mannschaft zu helfen. Und ja, es gibt immer was zu verbessern. Ich stecke mein schwacher Fuß, da kann man immer dran arbeiten, am Kopfballspiel und ja. Du hast vor ein paar Jahren bereits schon mal in der kamerunischen U21-Nationalmannschaft gespielt. Was war das für eine Erfahrung für dich? Und ja, ist es vielleicht auch nochmal ein Traum, dort nochmal Fuß zu fassen? Natürlich ist es ein Traum schon immer als Kind gewesen und damals war es gegen Frankreich, das Spiel war eine besondere Erfahrung für mich. Auf internationalen Ebene zu spielen gegen andere Mannschaften und Gegner, das war schon sehr schön. Und ich hoffe, dass es irgendwann nochmal passieren könnte. Ob oder wann, weiß man noch nicht. Also ich denke, wenn ich weiter Gas gebe und auf das Spiel, dass ich irgendwann aufmerksam werde auf die anderen Mannschaften und auf die Nationalmannschaften. Leon, wir nähern uns dem Ende. Wir haben zum Abschluss nochmal ein paar knackige Fragen aufbereitet. Die erste kurze Frage, gibt es denn ein Stadion, jetzt mal global betrachtet, in dem du unbedingt mal gerne spielen würdest? Es gibt viele Stadion, muss ich sagen. Natürlich in Barcelona, dann mag ich den englischen Fußball sehr gerne, in Arsenal, also in London. Und ja, das sind so die England und Spanien und natürlich auch hier in Deutschland, in der Allianz Arena mal. Ist das, dass du auch die englische bzw. spanische Liga verfolgst? Ja, auf jeden Fall. Da wird sehr schön der Fußball gespielt und ich mag die englische Härte und es ist auf jeden Fall ein Traum, irgendwann mal dort vielleicht Fuß zu fassen. Wir nähern uns langsam aber sicher der Weihnachtszeit. Auch hier in Magdeburg wird es ja spätestens Ende November wieder festlich. Was bist du für ein Typ? Magst du die Weihnachtszeit oder sagst du, nee, ich könnte auch ganz gut ohne klarkommen? Natürlich mag ich die Weihnachtszeit, wenn das Wetter passend ist, also wenn schön Schnee fällt und man mit der Familie zusammen ist. Und ja, natürlich muss ich dann wieder Geschenke kaufen. Aber ja, ich freue mich immer auf die Zeit. Freust du dich denn auch auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt? Wirst du den besuchen? Ja, auf jeden Fall. Ich war noch nie in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt. Es ist mein erstes Weihnachten hier in Magdeburg. Und auf jeden Fall ist ja nicht weit von mir zu Hause und dann werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Dann, ja, gleich im Anschluss die Frage hinterher. Wie feiert man denn Weihnachten in der Familie Bellbell? Ein Heiliger Abend geht die Familie zusammen in die Kirche. Dann gibt es zu Hause Essen, meistens Fondue oder Raclette. Und dann kommt die Bescherung. Die Geschenke werden ausgeteilt und wird oft weihnachtliche Musik gespielt oder ein weihnachtlicher Film geschaut. Je nachdem, wie die Stimmung ist. Und am ersten Weihnachtsfeiertag fahren wir zu unseren Großeltern nach Fulda. Und dann gibt es dort auch mal eine kleine Bescherung und gehen wir zusammen essen und verbringen die Zeit zusammen mit der Familie. Abschließende Frage, Leon. Was sind denn deine Ziele bzw. die mannschaftlichen Ziele für die ausstehenden Spiele im Jahr 2019? Ich glaube, als Mannschaft wollen wir versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen jetzt bis zum Winter. Und ja, für mich persönlich auch versuchen, auf eine hohe Spielanzahl zu kommen. Und natürlich in jedem Spiel Gas zu geben und hoffentlich erfolgreich. Und ja. Jörn, wir bedanken uns bei dir. Ich bedanke mich. Wir wünschen dir alles Gute für den restlichen Saisonverlauf und vielleicht bis bald bei Blau-Weiß Interviewt. Danke. Dankeschön. Bye. houses Untertitelung des ZDF, 2020